Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abfliegen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Fliegt ab. Flog ab. Hat abgeflogen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich fliege ab. Du fliegst ab. Er fliegt ab. Wir fliegen ab. Ihr fliegt ab. Sie fliegen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich flog ab. Du flogst ab. Er flog ab. Wir flogen ab. Ihr flogt ab. Sie flogen ab. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgeflogen. Du hast abgeflogen. Er hat abgeflogen. Er hat abgeflogen. Wir haben abgeflogen. Ihr habt abgeflogen. Sie haben abgeflogen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich fliege ab. Du fliegest ab. Er fliege ab. Er fliege ab. Wir fliegen ab. Ihr flieget ab. Sie fliegen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich fliege ab. Ich fliege ab. Du fliegest ab. Er fliege ab. Wir fliegen ab. Ihr flieget ab. Sie fliegen ab. Den Schluss macht der Imperativ. Fliege ab du. Fliegen ab wir. Fliegt ab ihr. Fliegen ab sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb abfliegen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Fliegt ab. Ein bisschenarta掉. Fliegt ab. Nach kommzustar 깨. Um ein qu搞ches Argino. Angst ist meh kr α discover. Nichts am. Untertitelung des ZDF, 2020